Mahlzeit. Weiter geht's mit Illusion of Time. Oh, ich hab ja schon wieder drei... Na doch, drei Wochen hab ich jetzt nicht mehr gespielt. Oh, ich hoffe ich weiß noch ungefähr, was ich jetzt noch machen muss. Nichtsdestotrotz... Ah, Kral sitzen wir. Level 32, Stärke 20, Abwehr 20. Auch nicht schlecht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen mal weiter. Das Fährenportal. Zack. Mal durch. Das eingeborenen Dorf. Ach ja. Ich erinnere mich düster. Das arme Schwein. Ich werde nie wieder sein Grunzen hören. In der Luft liegt plötzlich der Duft von köstlichem Schweinebraten. So, wir haben ja hier schon mit allem geredet, soweit ich das jetzt, äh, gesehen hab. Rote Juweler hab ich ja, glaub ich, auch hier schon alle abgestaubt. Oder? Gibt's hier noch irgendwo was? Nö. Entschuldigung. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Brüder, Schwestern, Eltern, Freunde. Die armen Menschen. Ich lernte von den Kindern ein Wort. Dieser Gegend scheint, Rama Pö, so viel wie Hallo zu bedeuten. Ja, sollen wir mal gucken, ob wir schon weiter können. Wir können nach Angkor Wat. Sehr schön. Da will ich auch hin. Boah, ich bin da so ein Frosch im Hals. Sehr professionell. Tor zu Angkor Wat. Nach drei Tagen Reise durch den Dschungel fand ich den Tempel. Aber, erst mal ein bisschen umgucken. Nix gibt's. Ein bewegender Busch. Bist du? Nein? Ja, jetzt hol die große Fliegenklatsche. Na, also geht doch. Weg mit der Mücke. Mach ne Fliege. Na, da kommen wir nicht weiter. Aber erst mal in alter Manier. Alle Gegner hier wegmachen. Und schon wieder niesen. Jawohl. Oh, Mensch. Immer wenns Mikro an ist, kitzelt mir die Nase. Ja, du hast ja jetzt keine mehr hier. Also nur so ein großes Auge am Buskorb. Da, da, da. Da, da, da. Das ist wieder so mein Buschfreund. So, jetzt haben wir hier noch acht Gegner. Da ist noch einer. Gut, dass die ein bisschen hervorheben. So ein bisschen dunkler sind als die anderen Büsche hier. Okay. Jetzt mal gucken, was wir hier oben so haben. Da ist noch so ein Kollege. Die Kaputt. Oh. Ey. Es muss auch unpraktisch sein, so langen Geräsenhals zu haben. Na, dass man da fühlt. Voll getreten. So, vier Gegner noch. So. Oh Mann, kann der seinen Hals lang machen? Ich achte mal wieder nicht auf mein Leben im Übrigen. Das ist ja auch gut. So bin ich halt ein Spring ins Feld. So, da unten sind noch zwei. Die will ich jetzt noch weg haben, dass ich Kraft da kriege. Mehr, du. Kleine Mücke. Mann, sind die Mücken hier fett. Aua. Na bitte, Leben. Deine Energie LE hat sich erhöht. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das hier schon mal alles weg. Schatz, gibt es hier nicht. Boah, ich hasse diese Musik. Schwernfliegender Kopf. Ja. Ach, ich sammle immer noch die Münzen ein, obwohl es eigentlich nichts bringt. Weil ich ja schon 999 habe. Und gegen dir. So ein Steingolem hält mich nicht auf. Hier lassen sich was einfallen. Nein, Nase, nicht kitzeln. Wupp. Ja, ein Rotes Juwel. Eins der Gründe, warum ich hier bin. Ach, jetzt bleibt doch mal stillstehen. Geh weg. Hau ab. So. Ach, bumm. Ja. Oh, das gibt es doch nicht. Oh, mei. Oh, ich treff den nicht. Oh, ich kriege es doch nun. Oh, oh, oh. Na dann. Machen wir den weg. Da ist noch einer. Aua. Erwischt. Ist auch weg. Ach, hier brauchen wir ja das hier. Und. Ach. Das war sehr intelligent. Nach der Violette, der wird immer schneller, je öfter man trifft. Ist da unten was? Bin aber nie richtig lang gegangen. Uua. Ist da so eine fette Kakerlacke? Ist da so eine fette Kakerlacke? Ist da so eine fette Kakerlacke? Kakerlacke. Oh, gut. Leck. Du, du. Uua. Uua. Uuuh. Was ist da noch so ein Zeich ab? Ach, wir haben es ja. Wollte ich schon wieder die ganze Zeit benutzen. Obwohl es eigentlich nichts tauben. Muss ich mal jetzt? Du, transferier dich wohl ja zu einem Ganzen. Nein, du Schrumpfkopf. Also, geht da. Entschuldigung. Deine Abwehr-AW hat sich erhöht. Sehr schön. Komm her, mein Freund. Oh, was ist dein Kollege hier noch dran? Alter, ich bin kaputt gegangen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir hier am Arsch gegangen sind. Manchmal sehe ich Orte, an denen ich nie gewesen bin. Vielleicht sind das alte Träume. Die sind am Arsch gegangen? Okay, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Wusch. Okay. Und. Aha. Und. Treffer. Was ist denn das? Und das ist ja widerlich. Oh, Alter, ich muss hier raus. Gittigitt. Und mir kam hier kein Leben oder so, einem abgezogen. Gott, wie eklig. Gerade jetzt muss er sich teilen. Todelbohrer. Oh. Oh. Sind wir hier vorne noch? Na, der war's. Wow. Na, der hat sich erhöht. Na bitte, geht doch. Dann habt ihr AW hat sich erhöht. Auch schon. Gut, jetzt ist da die Treppe auf. Hier haben wir noch fünf Gegner. Oh, ist schon wieder so einer. Ich hasse diese fliegenden Köpfe. Na, Alter. Ist da hinten noch was? Alle von da kommen ja, glaube ich, her. Stimmt ja. Da hinten. Hm. Da hinten noch was? Kommen wir da wirklich von da her? Da hat eine Kugel gekackt. Aua. Ich hab doch abgewehrt. Na, das gibt's wenigstens wieder Leben. Das ist auch schön. Energie. LE hat sich erhöht. Sehr gut. Hier sind wir fertig. Ach, jetzt auf einmal kommen wir da hoch. Puh. Sachen gibt's. Wir kommen wieder da runter. Mal gucken, ob wir da rauskommen. Pssst. Ich muss das jetzt beeindrucken. Ö. Puh. Mit einem Scheiß-Rumdreherei, du. Tisch-und-Drehwurm. Der eine ist mal weg. Jetzt kommt der andere noch weg. Passt. Sieben Gegner noch. Wusch. Ich will dich auch haben. Wenn wir auf die Erde. Oh, der kann runter springen. Auch schön. Ach. Oh. Schon das Wodenkarton. Heilkräuter. So, hier sind noch zwei Gegner, die ich noch weg haben will. Aber. Wir kommen hier nicht weiter. Das finde ich sehr gut. Wo müssen wir jetzt weiter her? Zippern wir mal enner was. Von da unten kommen wir ja her. Da unten geht's auch nicht weiter. Hä? Was machen wir? Herrschaftszeiten noch neu. Bin ich jetzt irgendwie blind? Blöd? Oder beides? Jetzt renne ich hier wieder planlos in der Gegend rum. Aber wenn du nicht weißt, wie's weitergeht. Von da unten kommen wir ja her. Aber da unten geht's ja auch nicht weiter. Da ist ja das mit den Mistkäfern da unten. Oh, mein Herrschaftszeiten noch neu. Wupp. Wupp. Jetzt steh ich da und war jetzt wieder nicht. Ja, also, ich, äh, steh jetzt grad'n bisschen. Viele von euch werden sich wahrscheinlich jetzt, ähm, die Haare raufen. Also wahrscheinlich schon wissen, wo ich lang muss. Bloß der dumme Basti nicht. Okay. Das bringt mir hier auch herzlich wenig. Äh. Ihr Säcke. Ihr verdammten Säcke. Da weiß ich jetzt, wie's weitergeht. Ach, kacke. Fällt mir jetzt so ein Trick ein. Alter, das ist ja richtig fies. Wie fies ich das finde. Ja. Kann mir das ja wohl hier auch klappen, oder? Psst. Gemeinheit. Aua. Die Mavi stammt hier irgendwie. So. Stärke. Auch schön. Stärke ST hat sich erhöht. Alles klar. Wo steht denn du alles rum? Na, ich muss so ein fliegender Wirsingkopf. Ah. Geh weg. Aua. Husch. Kusch dich. Nein. Ich krieg doch zu viel. Mehr. Husch. 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 So. Also. Ist doch was geworden. Passt. Kann ich euch mehr Synchron-Larfe losse. Hui. So schlecht wäre. So schnell hier in der Gegend rumkunden. Hui. Hauptsache, dreh dich mal ein bisschen schneller. Ja. Hauptsache, wo kommt das nächste Sphärenportal? Ich muss so langsam wieder der Part beenden. Sechs Gegner noch. So weg. Drei. Zwei. Einer ist hier noch irgendwo. Ganz da vorne. Sehr schön. Ach, das ist immer auf der Seite. Sehr schön. Ein stärker ST hat sich erhöht. Bingo. Jetzt kommen wir nämlich hier wieder runter. Toll. Ach, schlappen wir mal weiter. Oh, also beim Garten. Na, wie toll. Ja. Hanebombe. Hier muss es eigentlich ins Sphärenportal geben. Ja, da hinten. Da ist eins. Die machen hier ganz schön Schaden, diese Mücken. Da unten ist auch noch einer, habe ich gesehen. Wenn man hier nach der Karte glauben kann. Haha, gesehen. Du wusstest, wie ich denn komme. Treppe rauf, Treppe runter. Und da ist mein Freund, der Langenhals. Und da ist mein Freund, der Langenhals, der Langenhals, der Langenhals. Und hier komme ich noch. Mach doch mal da keine Sorgen. Ey, äh, da, 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 da. Also das wurde geglitzert. Na, komm. Da ist nix. Aua. Ein fetter Brummer. Oh. Da, 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 da. Uh-oh. Das ist mir da dabei. Ah, scheiß Nieserei, Mann. Ist ja richtig unprofessionell. Na gut, da bin ich halt unprofessionell. Hopp. So. Geht doch. Die sterblichen Überreste eines Abenteurers sind hier über den Boden verteilt. Zwischen den Knochen ist ein Pergament versteckt. Wir hatten den Dschungel durchquert, um zu Kral zu gelangen. Wir verstanden die Sprache nicht, dass sie wollten, dass wir bleiben. Am nächsten Morgen waren nur noch Käpt'n, Frisier und ich am Leben. Der Hunger wurde vielen unserer Freunde zum Verhängnis. Als wir die Leichen unserer Freunde fanden, flohen wir in den Urwald. Dort fanden wir Angkor Wat. Eine Legende sagt, dass man hier, wo die Geister leben und Sterblichkeit erlangen kann. Doch alles, was wir fanden, war der Tod. Ich werde zu meinen Freunden zurückkehren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich bin durch. Ich bin da durch! Goa, fetter Scheißhausenbrummer! Entschuldigung, wenn ich hier so fluche. Goa! Na komm, streck aus deinen schönen Hals. Ah, ins Fährenportal, was spricht eigentlich die Uhr? Oh, schon fast 25 Minuten. Sehr schön. Kling, kling, kling. Ja, du bist verwundet. Schließe deine Augen. So, natürlich speichern wir. Es ist vollbracht, Reise fortführen. So, an dieser Stelle beende ich jetzt mal den Part. Führe die Reise jetzt mal nicht fort. Erst in der nächsten Folge. Ich sage, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude daran. Auch wenn es ein bisschen langweilig wahrscheinlich war, mit dem blöden Rumgerenne. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Nachmittag, schönen Abend, wann immer ihr die Folge seht. Und sage, Adios.